hallo und willkommen bei tooltime.de eurem it-kanal im internet toll dass ihr das video angeklickt habt hier in dem video habe ich mir mal was gekauft auf ebay und das wurde versteigert mit der beschreibung prozessor schrott 5 kilo und dann gucke ich mal was ich da jetzt genau gekauft habe das paket das ist heute gekommen ich stelle es mal auf die waage drauf und da sieht man hier 5,05 kilogramm inklusive der verpackung inklusive der pappschachtel und insofern stimmt schon mal der verkäufer hatte da tatsächlich nichts anderes hingeschrieben als 5 kilogramm cpu schrott prozessor schrott und das war auch schon die ganze beschreibung in einer zeile da hat die prima reingepasst und da war auch nur ein bild von der kiste und da wurde oben rein fotografiert und dann hat man verschiedene prozessoren gesehen ich gehe mal davon aus dass ich die kiste man kann das hier so drehen und da hört man der hat sich wirklich nicht viel mühe gegeben beim verpacken da ist auch nichts ausgepolstert da sind einfach die prozessoren scheinbar drin und ich mache das mal auf guck mal rein aber ich würde meine prozessoren anders verpacken ich gehe mal davon aus dass das hier oben ist aber ist natürlich letztlich ganz egal und mal gucken ja so sieht das da drin aus ich sehe es auch zum ersten mal und da blutet am ja das herz das sieht ja alles schrecklich aus da ist natürlich viel verbogen viel kaputt gerade die amd prozessoren und genau so ein bild wie man das jetzt hier sieht das hat man gesehen bei der ebay auktion und da dachte ich mir sie mal an da guckt man mal was da drin ist das können ja auch schöne prozessoren sein und ganz besonders alte also pension pro könnte da drin sein wahrscheinlich eher nicht wenn ich mal hier so kuck hier oben da sieht man schon ein der ist wahrscheinlich so 20 jahre alt dann einige neuere sockel 7 750 da vielleicht sind es auch ein paar elfer sockel die dabei sind mal schauen und was man schön sieht wärmeleitpaste die sollte man vorher ab machen wobei okay ist natürlich prozessor schrott so wurde das ja auch verkauft und im schlimmsten fall funktioniert eben keiner hiervon im besten fall sind da ein paar wirklich schöne und wertvolle stücke dabei mal schauen was das für prozessoren sind sind ja doch eine ganze menge und hier unten da sieht man das ist alles wärmeleitpaste angetrocknete ausgetrocknete wärmeleitpaste das ist wirklich richtig eklig wenn das auf dem boden kommt oder sowas das verteilt sich prima das wird dann auch teilweise wieder weich wenn es feucht wird wenn das an die haut kommt ich habe mal schon ein paar mal die finger gewaschen und hier habe ich auch schon was untergelegt da sind einige schöne cpus dabei einige klassiker viel massenware hier drüben scheinbar ein amd und das ist ein atlon 64 x2 mit verbogenen beinchen und jede menge dreck in den beinchen drin und hier was haben wir da noch ein amd bein auch verbogen aber auch nicht alle kriegt man auch wieder gerade dann gibt es hier so was habe ich so jetzt noch nicht gesehen muss ich mal gucken was das hier sein soll und irgendwo hatte ich ein amd opteron hier gesehen der war hier dabei hier ein intel pentium so ein ganz schönen klassiker aus den 90ern man sieht hier schon ich habe extra mal handschuhe angezogen die wärmeleitpaste die hängt hier überall drauf man könnte meinen das paket das wurde hierher als fußball getreten so wie das alles hier verschmutzt ist einige sagen bestimmt oje was ein schrott und andere sagen ach du lieber himmel was hat das alles mal neu gekostet was man da lange für gespart hat und viel geld für ausgegeben hat und dann landet das hier auf so einem haufen interessant ist natürlich das wurde eben als prozessor schrott verkauft aber kaputt sind die ja meistens nicht kennt man ja gerade hier diese intel diese lga prozessoren die kriegt man eigentlich schwer kaputt vor allem wird sowas ja nicht dadurch schrott indem man es als schrott bezeichnet sondern eigentlich wird ja ein gegenstand zu schrott indem er nicht mehr funktioniert sich nicht mehr reparieren lässt dann ist das schrott aber ich bin mir sicher dass die meisten dieser prozessoren tatsächlich noch genauso funktionieren wie am ersten tag ich sortiere die mal ganz grob durch hier drüben das sind alles intel cpus und hier das müssten core i7 sein die sind ein bisschen größer und dann habe ich hier noch ein paar aus den 90ern gefunden amd xp und hier intel pensium 3 ist ja noch intel pensium hier so ein paar mobile hier ist der optron den ich da gesehen hatte und ja das weiß ich nicht muss ich mal schauen was das ist hier sind die amd cpus die bisher gefunden habe alle beinchen unten schön verbogen einige prozessoren sind definitiv kaputt hier unten sind ja noch mal bestückt mit irgendwelchen bauteilen kondensatoren vielleicht widerstände und einige sind hier abgebrochen die fliegen hier rum und diese natürlich nicht mehr sinnvoll reparabel was haben wir hier die kleben zusammen mal gucken irgendwie sind die wie festgebacken das sind zwei intel fertig mit durchsortieren und stapeln hat ganz schön lange gedauert bestimmt so eine stunde und habe das auch alles durchgezählt wer weiß wie viele prozessoren sind da ganz einfach mal unten in die kommentare schreiben und ich habe die alle gezählt und habe die genaue zahl und so sind hier vier prozessoren so aus den neunzigern mehr sind es nicht geworden hier sind die mobil prozessoren und hier die amd dieser stapel da sind natürlich alle beinchen verbogen hier unten da liegen die ganzen abgegangenen bauteile die da noch in der kiste drin waren und das meiste sind ja sockel 775 prozessoren hier hinten das müsste eben core i7 sein und irgendwo waren hier noch die die obterons da sind noch zwei stück hier von dabei das ist aber alles versifft durch die wärmeleitpaste einmal oben drauf und dann unten hängt das auch überall dran also das ist nicht schön die mache ich erst mal sauber unter fließendem wasser und dann gucke ich mal welche das hier genau sind einige stapel sind schon hier schwer kraftbedingt umgefallen und die werde ich jetzt alle mal reinigen die kommen alle in eine plastikwanne rein bisschen reiniger drüber und dann eine ganze menge wasser und das ganze mal so ein bisschen stehen lassen bis die wärmeleitpaste sich so ein bisschen löst ich habe das mal so ein bisschen hier in dem warmen wasser drin liegen lassen aber so richtig ab geht das nicht was man damit richtig gut wegkriegt das sind diese krümel die sind eben verschwunden aber was hier so richtig an klebt an den cpus an wärmeleitpaste das verschwindet halt nun mal nicht hier und es gibt bestimmt einige die schreiben die kommentare ab in die spülmaschine damit kann man vielleicht machen dürfte sogar funktionieren aber in der spülmaschine da möchte ich mein geschirr nicht mehr spülen da muss man die tatsächlich leider alle hier einzeln rausnehmen und dann per hand abtrocknen und dann hier drüben nochmal mit ein bisschen nitro oder terpentiner satz sauber machen kann man über die cpu drüber gehen und dann ist hier die ganze wärmeleitpaste im tuch und dann sieht man dummerweise erst was es genau für eine ist und dann kann man da erst entscheiden ob sich das gelohnt hat oder nicht ob es nur seltene cpu ist oder so massenware ist natürlich grundsätzlich die frage ob so sinnvoll ist solche cpus unter wasser zu legen hier oben ist ein heat spreader drauf und man kann vermuten dass der wasserdicht ist gehe ich mal von aus aber so 100 prozent ist es natürlich auch nicht so funktioniert das eigentlich auch ganz gut hier habe ich ein bisschen nitro reingemacht und dann hier mit einer zahnbürste das ganze bisschen abgeschrubbelt und da sieht man hier drüben auch schon da geht tatsächlich hier jede menge wärmeleitpaste ab hier sieht man das und da kriegt man die ganz gut sauber damit dann einmal rumdrehen nochmal ein bisschen nitro oder terpentin drauf und hier neben nochmal über die seiten und dann sind die eigentlich auch wieder richtig gut sauber das hält sich vor allem auch zeitlich im rahmen da braucht man noch nicht mal eine minute pro cpu ich habe jetzt mal ein paar prozessoren sauber gemacht und mal geguckt was das für welche sind und hier sind ja alles sockel 775 prozessoren ich hatte die ja vorher so ein bisschen durchsortiert und hier oben das sind pentium d prozessoren sieht man hier 2006 hier in der mitte das sind pentium prozessoren das sind e 5200 und ähnliche die sind auch so von 2008 und hier unten das sind corto duo prozessoren so wie man das hier sieht zum beispiel so ein e7400 ist hier dabei auch so von 2008 da sind dann noch ein paar intel xeon prozessoren dabei so ein e5504 ist rausgekommen 2009 der hier ist dann ein 5502 xeon auch 2009 rausgekommen richtig sauber alles und die sind interessant die sind alle verschieden gekostet haben die jeweils ungefähr so 230 us dollar die habe ich jetzt auch sauber gemacht das hier ist ein intel celeron aus den 90ern und hier hat es ein intel pentium 3 sieht man hier unten da sind ein paar beinchen verbogen aber das macht gar nichts diese prozessoren die hatten noch richtig dicke beinchen die sind nicht so leicht abgebrochen und die kann man auch ganz prima mit einer kanüle wieder gerade biegen einfach so eine kanüle drüber und dann ausgerichtet und der hat eine beschädigung hier unten am day da ist irgendwas rausgebrochen war gespannt ob das funktioniert hier noch ein arm de atlon xp 1800 plus auch mit den obligatorisch verbogenen beinchen aber die kriegt man auch ohne probleme wieder hin und hier noch ein arm de sembron und hinten auch natürlich beine verbogen hier sind noch zwei sauber gemachte intel core i7 das sind diese hier das ist sockel 1156 und diesen 2009 auf den markt gekommen hammer 300 dollar gekostet das stück und hier hat es noch intel core i3 prozessoren das sind diese drei und hier oben das sind pensium prozessoren ich habe jetzt ungefähr so 40 cpu sauber gemacht mit dem verdünner hier hinten und mit der bürste und das sieht optisch jetzt alles sehr gut aus die ganzen kontaktflächen die sind auch wieder sauber und da probiere ich jetzt mal einige cpus aus das ist eine intel 5200 cpu und so wie es scheint sind da auch noch alle bauteile dran und die habe ich einfach mal so wahllos rausgesucht das mainboard das ist ein gigabyte g 31 m und die haben manchmal ganz gut funktioniert die waren nicht besonders schnell das waren recht gute boards für office und auch für einfaches gaming wärmeleitpaste ist natürlich drauf nicht vergessen und dann hier noch einfach den entsprechenden kühler da kommt der große moment ich schalte das netzteil mal ein die tastatur hier drüben die leuchtet die hat schon mal strom und hier dreht sich auch was netzteil ist eingeschaltet mal gucken ob da ein bild kommt ja da hat es einmal gepiept und das sieht gut aus ist natürlich nichts zum booten da grafik hat es on board das ist hier angeschlossen sind nicht allzu viele anschlüsse da bin ich hier im bios drin das bios ist aber nicht so aussagefreudig das zeigt die cpu leider nicht an und was ich hier aber sehe ist die cpu temperatur 25 grad das ist ja sibirisch kalt für so eine cpu und der lüfter dreht sich auch super langsam also hier gibt es erst mal keine probleme ich habe nochmal neu gestartet und einfach auf pause gedrückt deswegen ist der schriftzug hier so abgehackt damit man das hier oben lesen kann damit es nicht weg scrollt dual core e5200 genau so steht das auf der cpu drauf ich habe mal von einem usb-stick geboote den habe ich hier rein gesteckt ist dieser weiße da ist linux mint drauf und das hier ist jetzt eine live version also es ist nicht installiert da ist jetzt keine ssd oder sowas angeschlossen geht direkt ins internet keine probleme also diese cpu funktioniert einwandfrei die cpu ist okay die tue ich mal so ein kästchen rein und da kommen die funktionierenden rein hier habe ich eine andere cpu die habe ich aus dem stapel mal rausgenommen und das ist eine 5300 und da sieht man schon zwei sachen zum einen hier unten da scheint ein bauteil zu fehlen vielleicht war es auch nie drauf aber hier oben da hängt ein square und mal gucken ob ich das irgendwie hier so wieder ab machen kann ja das ist locker hier das lässt sich bewegen ich mache mal ab und schalte es trotzdem mal ein lüfter ist drauf mal einschalten mal gucken was da passiert anlaufen tut schon mal und mal schauen ob es ein bild gibt ob er ob das hier piept oder ob gar nichts funktioniert gibt aber tatsächlich ein bild und da boot ist ja wurde auch richtig erkannt duacore e5300 obwohl da unten zwei kondensatoren oder was es auch immer sein mark widerstände abgebrochen sind ich habe auf pause gedrückt und jetzt mache ich hier weiter und da boote ich mal so ein linux von so einem usb stick sehr interessant funktioniert auch obwohl hier bauteile unten an der cpu fehlen ist aber jetzt nicht ganz so ungewöhnlich ich hatte auch schon prozessoren da waren beinchen abgebrochen und da hat der rechner trotzdem funktioniert der prozessor wird auch unter linux mint richtig erkannt pensium dual core e5300 genau das steht auf der cpu drauf die cpu ist hier in dieser plastik box das sind die die ich vorhin unter wasser gesetzt hatte und ich hoffe immer noch dass hier oben der heat spreader wasserdicht ist ich habe die jetzt bestimmt zwei stunden vor einem lüfter gehabt da lagen die alle und hatten da die chance zu trocknen aber wenn da natürlich wirklich wasser drin ist dann ist es schwer da wieder raus zu kriegen ich probiere einfach mal eine cpu aus die sieht so aus als hätte sie unten noch alle komponenten dran da ist scheinbar nichts abgebrochen mal schauen ob diese cpu funktioniert einmal strom drauf und dann einmal einschalten und da hat es irgendwann knick gemacht aus dem lautsprecher bild gibt es noch keins kann ein bisschen dauern piep ja das sieht gut aus da gibt es auch im bild cpu wird auch richtig erkannt inter core to do 6550 steht auch auf der cpu drauf also alles ok der prozessor der läuft jetzt ungefähr so 20 minuten und da habe ich in der zeit auch hier nochmal einen rahmen test gemacht wo die cpu ja ganz schön beansprucht wird auch alles bestand nicht abgestürzt rahmen ist ok funktioniert alles prozessor auch ok linux und internet geht auch mit der wasser cpu die komplett untergetaucht war genauso wie diese anderen und die kann man eben alle nochmal testen sieht aber wirklich sehr gut aus was hat der ganze spaß hier gekostet dieses fünf kilogramm cpu paket und scheinbar funktionieren die meisten ja waren 152 euro für fünf kilo cpus habe ich da bezahlt und pro cpu sind es dann ungefähr so 73 cent und da sind natürlich ein paar schönere dabei da sind für ein paar schlechter dabei einige wo was abgebrochen ist hier diese amd die sind natürlich ganz besonders schlecht da muss man alles gerade biegen schade drum aber da sind jetzt auch keine reisen insofern kann man das schon verschmerzen im netz findet man unheimlich viele solcher so genannten schrott auktionen wobei jetzt nicht so ganz klar ist wieso das jetzt hier genau schrott sein soll schott ist sehr interessant früher war schrott irgendwas was verrostet war was sich eben nicht mehr hat reparieren lassen und heute ist schrott sachen die eigentlich noch funktionieren aber die keiner mehr haben möchte wobei die sachen ja funktionieren wie am ersten tag also schon sehr merkwürdig bei vielen auktionen mit cpus also mit schrott cpus so genannten schrott cpus findet man ab und zu auch in den bildern ein paar wirklich schöne stücke also irgendwelche seltenen amd's amd k6 oder texas instruments prozessoren die in den schrott wandern oder die als schrott angeboten werden und das ist natürlich immer ganz besonders toll wenn man da mal eine seltene cpu hat hier ist es eher weniger der fall also hier ist ja wirklich sehr viel sockel 775 dabei der vorbesitzer wird da natürlich auch schon aussortiert haben und einfach nur die sachen hier reingetan haben die er selber nicht gebrauchen kann oder die er irgendwie anderweitig nicht verkaufen konnte als funktionierend weil die sachen die hier dabei sind die sind eben schon zehn jahre wobei interessant der verkäufer der hatte sonst nur ein paar normale auktionen drin also einzelne geräte wo auch immer der die her hat also der hat auch nicht mit schrott gehandelt sondern das sah aus wie so ein privatverkäufer der einzelne elektronische geräte hat und dann hier dieser auktion und kann natürlich sein dass er die irgendwo aus seiner eigenen firma hat da kenne ich einige bei denen ist das so die können sich die sachen mitnehmen und ich denke mal dass diese pcs hier alle verschrottet wurden und das ist dann einfach in diese kiste gewandert die man am anfang gesehen hat schon interessant ich habe das ganze mal überschlagen was das alles neu gekostet hat als es neu war wobei das noch gar nicht so lange her ist die prozessoren sind ja alle so zehn jahre alt elf jahre so im schnitt da hinten gibt es einige die älter sind gibt aber auch einige die jünger sind und die meisten haben über 100 euro gekostet einige sogar mehrere hundert euro die xeons oder da hinten diese vier die waren richtig teuer und wenn man so ungefähr 130 euro pro prozessor annimmt kommt man da auf einen preis von 27.000 euro und 40 noch dazu wenn man es genau rechnet und das war alles mal richtig schön teuer hier mal schauen was ich mit den prozessoren macht die werde ich auf jeden fall alle sauber machen dann kommen die in so setz kisten rein und dann gucke ich mal welche da doppelt sind oder wie viel verschiedene das sind und ob da vielleicht nur ein paar schätze dabei sind so genau habe ich mir die auch noch nicht alle angeguckt und was ich auf jeden fall noch machen werde ich werde noch mal eine auktion ersteigern mit schrott mainboards da schaue ich mal was da dabei ist ob die noch funktionieren ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja gebt dem einfachen daumen hoch vergesst nicht den kanal zu abonnieren und schaut mal unten in der youtube video beschreibung da findet ihr links zu den prozessoren zu den prozessoren familien zu zubehör und so weiter und wenn ihr fragen habt kommentare dann schreibt die einfach in die youtube kommentare rein da antworte ich gerne drauf besucht einmal die seite tooltime.de die seht ihr hier drüben auf der seite tooltime.de gibt es noch hunderte andere beiträge wie man seinen rechner repariert wie man sein notebook repariert wie man seinen drucker repariert wie man windows 10 schneller macht wie man tinten patronen nachfüllt und vieles mehr schaut euch einfach mal da um hier blende ich noch ein paar infokarten ein zu anderen videos auf dem kanal da seht ihr dann wie man notebooks installiert ganz neue notebooks richtig einrichtet wie man windows 10 repariert windows 10 schneller macht wie man drucker installiert und drucker repariert schaut euch einfach mal an da sind jede menge sachen für euch dabei klickt einfach auf die infokarte drauf